guten morgen freunde freunde und willkommen zu diesem neuen daily vlog ich hoffe es geht euch allen gut ich gucke jetzt gerade am morgen den msi stream fanatic gegen gen.g und der bracket stage wird auf jeden fall spannend und ich hoffe natürlich dass fanatic gewinnt aber gen.g ist der klare favorit ja es ist halt spannend und ich nehme euch so gut es geht mit durch meinen tag und wünsche euch jetzt viel spaß mit dem vlog bis gleich und genau dementsprechend mache ich mich da jetzt gerade auf den weg diese wälder ist recht geil, ich weiß nicht, ich kann auch noch mal hier im garten in der sonne liegen und mal schauen wir mal was hier gerade noch zu bringen ich nehme euch hier mal so gut es geht mit und bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020